Das Besondere an MyParfüm ist, dass unsere Kunden selbst in die Rolle des Parfümeurs schlüpfen können und sich ihr eigenes individuelles Parfüm selbst zusammenstellen. Das heißt, sie können sich sicher sein, dass das Parfüm, das sie tragen, garantiert einzigartig ist. Die Herstellung des Duftes auf der Homepage ist einfach. Mittels des Online-Duftdesigners wird man durch den Prozess zum eigenen Parfüm geführt. Man kann zunächst eine Duftbasis auswählen, die den Grundcharakter des Parfüms angibt und anschließend kann man bis zu 30 Zutaten auswählen. Alle Zutaten sind genau aufeinander abgestimmt. Unterstützung bekommt der Benutzer außerdem durch den sogenannten Duft-Kompass. Der Duft-Kompass gibt so ähnlich wie ein Kompass beim Wandern aber nicht die Himmelsrichtung, sondern die Duftrichtung an. Und als kleines Highlight kann man dann anschließend auch noch einen Flakon auswählen, den man mit dem eigenen Namen beschriften kann. Wenn der Kunde sein Parfüm bestellt hat, geht es bei uns in die Produktion. Das Rezept wird entsprechend übermittelt und ausgedruckt und zusätzlich wird ein Duftzertifikat fertig gemacht. Der Flakon wird in einem selbst entwickelten Spezialverfahren beschriftet, sodass es ein sehr hochwertiger Druck direkt auf dem Glas ist. Im Labor erfolgt dann die Herstellung des Parfüms. Von unserem Fachpersonal werden entsprechend die Zutaten nach Kundenwunsch Mikroliter genau abgefüllt, sodass dann die Düfte auch exakt reproduzierbar sind. Die Qualität des kreierten Duftes ist ein Eau de Parfum. Ein gutes Parfum ist dann wirklich gut, wenn es eine Harmonie der Essenzen bildet und wenn zum Beispiel die Basis, die Herz- und die Kopfnoten eine wunderbare wunderbare Kombination, eine wunderbare harmonische Einheit bilden. Kunden, die nicht selbst den Duft machen möchten, bieten wir an, eine exklusive Duftentwicklung. Das heißt, wir haben einen Online-Fragekatalog entwickelt. Ich kann ein Parfüm entwickeln, ohne den Kunden zu treffen, indem ich mich an den Fragen und Antworten orientiere, die der Kunde mir gibt. Das Parfüm erhält man zusammen mit einem Duftzertifikat und innerhalb von sieben Tagen ist es dann beim Kunden zuhause. Sollte einem Kunden seine Kreation nicht gefallen, hat er die Möglichkeit, innerhalb von zwei Wochen seinen Duft zurückzuschicken und erhält ganz unkompliziert sein Geld zurück. Seit kurzer Zeit bieten wir auch an, eigene Parfümlinien zu entwickeln, beispielsweise für spezielle Anlässe oder auch als Corporate Scent, der dann das Firmenimage widerspiegelt. Unsere Duftexperten setzen sich gemeinsam mit unseren Kunden hin, entwickeln den Duft und gemeinsam mit ihnen gestalten wir die Verpackung exakt nach den Vorstellungen unserer Kunden.